Die dreizehnte Historie sagt, wie sich Eulenspiegel bei einem Pfarrer verdingte und wie er ihm die gebratenen Hühner vom Spieß aß. In dem Lande Braunschweig liegt im Stift Magdeburg das Dorf Bündnstedt. Dort kam Eulenspiegel in das Pfaffenhaus. Der Pfarr verdingte ihn als Knecht, kannte ihn, aber nicht, und er sprach zu ihm, er solle gute Tage und einen guten Dienst bei ihm haben und essen solle er das Beste, ebenso gut wie seine Haushälterin. Alles, was er tun müsse, könne er mit halber Arbeit tun. Eulenspiegel sagte Ja dazu und wolle sich danach richten und er sah, dass des Pfaffen Köchin nur ein Auge hatte. Die Haushälterin schlachtete gleich zwei Hühner, steckte sie zum Braten an den Spieß und hieß Eulenspiegel, sich zum Herd zu setzen und die Hühner umzuwenden. Eulenspiegel war dazu bereit und wendete die zwei Hühner am Feuer um. Und als sie gar gebraten waren, dachte er, als der Pfaffe mich dingte, sagte er doch, ich solle so gut essen und trinken wie er und seine Köchin. Das könnte bei diesen Hühnern nicht in Erfüllung gehen und dann würde des Pfaffen Worte nicht wahr sein und ich äße auch von den gebratenen Hühnern nicht. Ich will so klug sein und davon essen, damit seine Worte wahr bleiben. Und er nahm das eine Huhn vom Spieß und aß es ohne Brot. Als es Essenszeit werden wollte, kam des Pfaffen einäugige Haushälterin zum Feuer und wollte die Hühner beträufeln. Da sah sie, daß nur ein Huhn am Spieß steckte und sagte zu Eulenspiegel, »Der Hühner waren doch zwei, wo ist das eine hingekommen?« Eulenspiegel sprach, »Frau, tut euer anderes Auge auch auf, dann seht ihr alle beide Hühner.« Als er so über die Köchin wegen ihres einen Auges herzog, wurde sie unwillig und zürnte Eulenspiegel. Sie lief zum Pfaffen und erzählte ihm, wie sein feiner Knecht sie verspottet habe wegen ihres einen Auges. Sie habe zwei Hühner an den Spieß gesteckt und nicht mehr als ein Huhn vorgefunden, als sie nachsah, wie er briet. Der Pfaffe ging in die Küche zum Feuer und sprach zu Eulenspiegel, »Was spottest du über meine Magd? Ich sehe sehr gut, daß nur ein Huhn am Spieß steckt. Es sind ihrer doch zwei gewesen.« Eulenspiegel sagte, »Ja, es sind ihrer zwei gewesen.« Der Pfaffe sprach, »Wo ist dann das andere geblieben?« Eulenspiegel sagte, »Das steckt doch da. Tut eure beiden Augen auf, so seht ihr, daß ein Huhn am Spieß steckt. Das sagte ich auch zu eurer Köchin. Da wurde sie zornig.« Da fing der Pfaffe an zu lachen und sprach, »Meine Magd kann nicht beide Augen aufmachen, denn sie hat nur eins.« Da sprach Eulenspiegel, »Herr, das sagt ihr, nicht ich?« Der Pfaffe meinte, »Das ist geschehen und dabei bleibt es, aber das eine Huhn ist dennoch weg.« Eulenspiegel sprach, »Nun ja, das eine ist weg und das andere steckt noch. Ich habe das eine gegessen, da ihr gesagt hattet, ich sollte so gut essen und trinken wie ihr und eure Magd. Es tat mir leid, daß ihr gelogen haben würdet, wenn ihr die beiden Hühner miteinander gegessen hättet und ich nichts davon bekommen hätte. Damit ihr an euren Worten nicht zum Lügner würdet, aß ich das eine Huhn auf.« Der Pfaffe war damit zufrieden und sprach, »Mein lieber Knecht, es ist mir nicht, um einen Braten zu tun, aber künftig tun nach dem Willen meiner Haushälterin, wie sie es gern sieht.« Eulenspiegel sagte, »Ja, lieber Herr, gewiß, wie ihr mich heißet.« Was danach die Haushälterin Eulenspiegel auch hieß, das tat er nur zur Hälfte. Wenn er einen Eimer mit Wasser holen sollte, so brachte er ihn nur halb voll, und wenn er zwei Stücke Holz fürs Feuer holen sollte, so brachte er nur ein Stück. Sollte er dem Stier zwei Bunde Heu geben, so gab er ihm nur eins. Sollte er ein Maß Wein aus dem Wirtshaus bringen, so brachte er ein halbes. Dergleichen tat er in vielen Dingen. Die Köchin merkte wohl, daß er ihr das zum Verdrust tat. Aber sie wollte ihm selbst nichts sagen, sondern beklagte sich über ihn bei dem Pfaffen. Da sagte der Pfaffe zu Eulenspiegel, »Lieber Knecht, meine Magd klagt über dich, und ich bat dich doch alles zu tun, was sie gern sieht.« Eulenspiegel sprach, »Ja, Herr, ich habe auch nichts anderes getan, als was ihr mich geheißen habt. Ihr sagtet mir, ich könne euren Dienst mit halber Arbeit tun, und eure Magd sehr gern mit beiden Augen, aber sie sieht doch nur mit einem Auge. Sie sieht nur halb, also tue ich halbe Arbeit.« Der Pfaffe lachte, aber die Haushälterin wurde zornig und sprach, »Herr, wenn ihr diesen nichtsnutzigen Schalk länger als Knecht behalten wollt, so gehe ich von euch fort.« So mußte der Pfaffe seinem Knecht Eulenspiegel gegen seinen Willen den Abschied geben. Doch verhandelte er mit den Bauern, denn der Küster des Dorfes war kürzlich gestorben, und da die Bauern einen Küster nicht entbehren konnten, beriet und einigte sich der Pfaffe mit ihnen, daß sie Eulenspiegel zum Küster machten.